und die woche war hart für mir also die letzte woche war echt hart aber ich habe sehr gut verkraftet und das muttet auch denkt man ja schon sagen wir mal an die schöne zeiten wo man tatsächlich gehabt hat ja bestimmt und war ja aber nicht schlecht vor allem hat die auch sehr viel für wirzhausen getan die hat bei jedem fest mitgeholfen und ja Feuerwehrfest sonst irgendwie festlich Frauenstammtisch wo es gegeben hat ich hoffe bloß dass die nächste Woche nicht so scheiße wird ich freue mich ja schon auf unseren Werkstättentag wo wir am Freitag haben in der Werkstatt Senfeld 50 Jahre und am Samstag Feuerwehrfest drei Tage lang euch ein schönes also wir freuen uns auf euer Kommen von Samstag bis Montag in Wieshausen euch ein schönes Wochenende und Ade euch ein schönes Wochenende und Ade euch ein schönes Wochenende und Ade